die Folge war gerade vorbei, dann machen wir in der zweiten Folge weiter, weil ob sie direkt hintereinander kommen, aber deswegen wundert euch nicht, dass in der letzten Folge ein abruptes Ende war. Wir waren dabei stehen geblieben, ja, ich... Wer der denn noch? Ach so, das ist ja... Grünberg, von Grünberg und dann hält am Ende. Kleve möchte ich, Erntebrück, wo liegt er, Erntebrück? Warum fährt er von Erntebrück bis Kleve durch? Ach so. Er neige dazu, dumm zu sein, teilweise. Na, hallo? Hallo? Danke. Und auf dem Rückweg vor Kleve, einmal da unten halt, hier, denke, denke, denke. So, und dann eine neue Linie. So, das ist eine E-Linie, nenne ich sie. Ich werde jetzt auch nicht immer, hallo, tschüss, hallo, tschüss, hallo, tschüss sagen. Weil mich das auch manchmal nervt. Ah, jetzt ist schon wieder entlastet, aber H5, müsste das sein. Ist eine E-Bahn, das ja nur bestimmten Zeiten fährt. H5, das ist ein 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 H5. Und dann, wo ist die H5, das ist ein H5? Also, da unten ist ein H5. Und dann, wo? Ach so, traurig? als wahrscheinlich Standardsteuerung in jedem Haushaltsüblichen Spiel ist also bitte liebe Entwickler von diesem Spiel welche auch immer das sind macht doch mal Steuerung auf WSD oder so man sich das aussuchen kann oder so oder so oder so oder so oder so oder so Prozent die Karte und die ich will nicht ach ich will nicht Untergrund S-Bahn oh wer Ding da ach mein Drucker spinnt grad wie des öfteren Mal machen wir erst mal drei dann ihr Prozent nicht überhaupt nicht was gerade geht hat der Gäste Erfüllter die Tiernach noch gewinnt ein um ich war genau die als auch immer E am ein Gott kommst du wohl mit zum Depot verfolgen. Du fährst mit nur einem jetzt. Start. Ach, mein Gott. Ich will das nicht, mein Gott. Ich will keine Dirt World, mein Gott. Na, das nervt. Das will ich auch nicht. Ich will das hier, danke. Mann. Es da schlacht mich tot, ne? Erstmal. Die Aufnahme gucken. Wir wirklich nur zwei Folgen haben. Eine ist vorproduziert, damit auch nächste Woche ein Video kommen kann. Folg und Norm habe ich mir jetzt jede Woche ein Video. Momentan. Den Cent überfüllt. Erstmal, ich wollte mir die T1 angucken. da gab es ein paar Problemchen. Ich brauche eh mal eine optimiertere Ebenenführung. Die mir ändern. Ich will nicht, du blödes Seier. Nein, du sollst nie anfangen. Nein, nein, ich will A haben. Danke. Ich will A haben. Mann. Was verstehst du daran nicht? Ach, spiel es halt. Etwas älter, Schroh. Also, was versteht das Ding daran nicht? Details. Dezent mehr. Details. Hatten auch mehrere, also. Wofür brauche ich die Straßenbahn, fragt sich das? Hm? Äh, dann erstmal gucken, wofür sind denn die Fahrgäste drin? Und Kiel, und von wo kommt der? Der Fahrplan vom Hauptteil. Ja, das ist, äh, lohnt sich nicht die Strecke, alle ausmustern. Ach so, ich hab ja gleich mal das Depot abgerissen. Ups. Ups. Upsala. Ne. So nicht. Äh, äh, hallo? Ah, ich vergaß. Oh, alter Bug da. Mann. Das nervt doch nicht. Äh, äh. Nicht. Äh, äh. Äh, äh. Ausmust. Dann. 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 Die neurons haben 1970. Was gibt es so? Oh, meine depressionen. der will alles zum Depo äh egal auf jeden Fall jetzt sind nicht dran die Gleise müssen natürlich abgerissen werden in der Städtisch habe ich kein Problem mit und das Depo bleibt natürlich auch wo sie waren in der Städtisch und der Express Bus hier noch der 4 der 4 der Watt hat er denn jetzt dieses Teil noch er ja du interessiert gar nicht nah an an die schnell die folgen vergehen ja der Express Bus verkehrten er hat verkehrt gesagt meine er hat gesagt ich pausier mal kurz und sehen so dann sind wir wieder und ja wartet auf Reischt Recke ach wie dann Loch mal da noch eins und da noch eins ach das ist mal wieder typisch Einfahrt verboten da und da was da lang dann ist hier die Einfahrt verboten ist hier die Einfahrt verboten und hier die Einfahrt verboten und dann hier hier die Hauswahl Schild um hier bitte 80 plus 80 plus 80 plus erst mal abreißen und jetzt bitte weiter wird die Schilder gern wieder aufkommen Dankeschön ich habe ich habe eine ganz Böse Vorahnung ganz ganz Böse Vorahnung warum kannst du nicht zum Lindauer Hauptbahnhof sind da nicht genug Wege du ich bin ein Vollhonk ich gebe es ja zu ich bin ein Vollhonk ist Vollhonk überhaupt ein Wort jetzt könnte aber alle wieder normal fahren mein Gott diese Buslinie da wie fährt sie eigentlich nicht die Teil geht noch Prozent die Linie ändert so viel fertig die 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 wir haben nämlich nicht beschweren die macht keinen Sinn. Erstmal gucken wir jetzt, äh, ach, der vorübergehend fährt. Oh, ho, ho. Wie bitte? Die macht Gewinn, diese vorübergehend Lillinger, da, bis Hüßingen, so, nach und schau. Äh, erstmal fahren wir hier nach Kronz, nach Herbertingen, Herbertingen, nein, wird schon wie ein Sprachanfänger. Und dafür werde ich jetzt eine Milliarde Dislikes kriegen, so wie ich die, äh, so wie ich die Community von YouTubern kenne. Wenn man einmal was falsch sagt, kriegt man eine Milliarde Dislikes. Wobei ich sage, weil ich gerade geredet habe wie ein Sprachanfänger. Und dann denken alle, die so reden, sind ein Sprachanfänger. Könnte man auch als Anfänger für Anfänger, okay, okay, das ist nicht witzig. Auf jeden Fall könnte man es so nennen. Man könnte auch nennen, ich bin der dümmste Mensch der Welt, weil ich gerade so schmarren mache. Ach, wieder. Irgendwie habe ich was. Irgendwie habe ich was. so und so haben sie auch gleich vorbei, eine Minute haben wir noch und deswegen verabschiede ich mich und tschüss